Es ist zu leicht, deswegen fliegt es mir leicht vorm Kopf jetzt. Hä? Dusche, oder? Egal, wir haben auch genug Zeit. Zehn Minuten sind viel. Die hätten auch nur zehn Minuten machen können, das wäre viel besser. Wissen. Sind auch Feinde. Hä? Was tut es? Hey, bleibt da. Komm her. Bei Feigling. Stell dich. Ein Riesenrad. Oh Mann, Granate. Wo bist du? Bist du? Okay. Unser Hubschrauber wartet in sicherer Entfernung. Setz mich hinter dem Riesenrad ab, wo ich als Scharfschütze feuern kann. Warum nicht im Riesenrad? Naja, okay, dann kommt vielleicht Jäger und war zerstörndes, ne? Und dann leidet der eigentlich grausame Truss. Yeah, durch Absturz. Ein bisschen weiter im Norden. So. Das ist prima. Ja, ich weiß. Ruhig jetzt. Klär mal deine restlichen Gleimore. Es ist an der Zeit, sie zu verwenden. Gleimore. Der Feind muss durch dieses Gebiet. Such dir also eine gute Scharfschützenposition. Zack. Ich gebe dem Helikopter in 30 Sekunden das Signal. Och Mann. Warum nicht jetzt? Dass auch die Feinde das da merken würden. Wobei doch, hier hast du ein Ahnung, da kann man einen rausnehmen. Such dir eine gute Stelle für dein Scharfschützengewehr und leg dich hin. Ich habe gar keinen Scharfschützengewehr. Liegt hier irgendwas rum? Liegt hier irgendein S-Gewehr rum? Hallo? Entschuldigen Sie, Sir. Ich suche ein S-Gewehr. Was ist das? Kann ich jetzt einfach ins Auto einsteigen? Nee, dann sprengen sie es kaputt. AK-47. Na egal. Nehm ich mal für diese hier. So. Jetzt bin ich ganz sicher, aber was soll's. Alles klar Kumpel, ich habe das Signal aktiviert. Viel Glück. Er hat mich Kumpel genannt. Alpha 6, wir haben Ihre Positionen, halten Sie durch, Begrüßt. Ich habe einen Kumpel. Okay, jetzt aufhören so schwul rumzulabern. Jetzt kommt der Ernst. Noch ein bisschen näher. Wo soll ich ein Sniper sein? Fertigmachen zum Angriff. Feuer frei. Ha! Aus 30 Metern. Woher so fehlt. Ich gehe mal näher an die Feinde ran. Och ne! Hörst du das? Das ist so riesig. Das ist so riesig. Das ist so verpunt, ey. Ziel neutralisiert. Oder gehen die auf die Feinde los? Oh, breitendes Auto. Okay, 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 okay. Lass mich hier los. Oh! Hab noch einen. Ziel neutralisiert. Boah. Wer in der Schmerz kann, Alter? Nicht agg... Angry. Ich wollte schon ugly sagen. Ugly. Ugly Baneke. Hab noch einen. Ha! Peng, peng. Oh, geil. Sogar einen. Gekilled. Tschüss. Zack. Tschüss. Er ist erledigt. Okay. Danke. Alter, es ist echt scheiße, dass ich keinen Sniper fangen kann. Ist hier eins? AK. AK. Endlich Sniper. Sniper von den Typen war ein. Feindliche Helikopter kommen! Och ne. Oh. Oh. Ich glaub, warum das funktioniert. Es wird schon ein Auslöser sein, den man nicht wirklich nehmen kann. Also, was ich damit sagen will, man kann die nicht aufhalten. Hehehe. Komm runter! Na los! Ihr macht es aber hoch und dann? Schlimm. Tschüss. Weg mal hin. Da. Tschüss. 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 Wir gehen alle selbst vor. Der hier. Oder der hier. Ich muss mal kurz was trinken. Feindliche Helikopter kommen! Okay, hier bin ich wieder. Ich hab jetzt was trunken. Schlimm. Was? Auch noch rechtzeitig. Na komm. So, ja. Tschüss. 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 Hallo! Ich stich jetzt zweimal auf dich. Das ist der Worte. Okay. Hey, du! Ciao! Ciao! Ach, Meno! Äh, ja. Oh, nein! Ach, ich zieh! Wir haben doch nur ihren... ...typen. Big Bird! Wir sind ihnen deutlich unterlegen! Wo bleibt ihr? Ciao! Tschüss! Da liegt nur einer, Tschüss! Ziel erledigt! Tschüss! Ich sag's, schön, so. Ciao! Okay, ich bin wieder hier, so. Feindliche Helikopter kommen! Hoch, Meno! Bei mir ist das Programm abgestürzt, weil... ...die... ...die Festplatte war voll. Voll Speyerplatz. Weil ich so viel aufgenommen habe. Hehehe. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ach, ja, inzwischen ist auch ein Tag vergangen, also... ...ja. Jetzt muss ich mich erst wieder aufwärmen, was... ...spielmäßig angeht, ne? Okay, ähm... Ja, wo seid ihr? So! Ach, Mist! Oh, oh! Aua! Du, geh! Scheiße! Ach, Mist! Ziel erledigt! Ja! Er ist erledigt! Oh, Garnate! Tschüss! Oh, Mann! Ein Sniper ist, alle! Gib mir deine! Ah, da ist der Helik! Okay! Komm! Auf, wenn's leckt! Komm! Letzter! Auf, wenn's leckt! Aua! Aua! Okay! So, flog ich dort hin. Wir sind in Sicherheit. Jetzt rein! Kommt rein! Na los! Hier noch, für euch! Das Abschiedsgeschenk! Vorsicht! Hier, noch eine! Okay! Okay! Puh! Ui, Leute, da waren wir vorhin. In diesem Hotel. S-A-S Der Helikopter kommt frühestens in einer halben Stunde, Captain Price. Nicht gut, dann sind wir schon zehn Minuten tot. Jeder Ultranationalisten-Psycho in Zakajews Tasche wird hier auftauchen, um Al-Assad zu holen. Oder das, was von ihm übrig ist. Genau, wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha-Linie am südlichen Hügel. Und weitere entlang der Bravo-Linie. Wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farben. Noch Fragen? Legen wir los! Haben das alle verstanden? Gut! Und diesen Dialog habe ich aus Spaceballs geklaut. Ja, 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 Kevin klaut. Ich bin der Klauer. Ich komme aus Polen. Nichts gegen Polen, aber... So will nur ein Scherz sein. Also, natürlich sind nicht alle Polen Diebe und so. Unmittelbar bevor. Ausschwärmen und in südlichen Bereichen. Das ist nur ein Psyche, wie das deutsche Nazis sind oder... Oder, ähm, dass die Armees reich sind oder so. Ja. Also, nicht missverstehen. Gut, äh, ich sag immer gut, wenn ich irgendein Dialog anfangen will. Jetzt habe ich, glaube ich, den Smike wieder gewusstet. Und zwar. Ey, lasst mich doch auch was feuern. Hallo, wo seid ihr? Aua, Stacheldraht. Au, ich habe mich verletzt. Jetzt passt's. Ich muss ein bisschen lauter reden, sonst hört es um ihn nicht. Alter, da sind die Feinde, Alter. Ja. Angenommen, ich hätte jetzt mit diesem Leck... Also, angenommen, ich hätte es nicht geflixt. Dann wären wir wahrscheinlich jetzt in Part 30 oder so. Im Glück geht es jetzt schnell. Abgesehen von ein paar Mini-Lacks ab und zwischendurch. Läuft's flüssig. So. Ah, ach ja, und noch was. Ich habe mir folgendes spürt, es durchzumachen und es komplett hochzuladen. Also, ja. Deswegen. Ich habe gesehen, es ist noch ein Prolog, den wir machen müssen. Ja, dann haben wir's durch. Nicht wahr hier? Du. Ah. Hier noch für euch. Dauer. Dauer. Ja, ja, ich habe das schon mal gemacht. Weil ich es bis dahin nicht aufgenommen habe. Das sage ich jetzt schon das nächste Mal. So. Kommt so schnell, ich würde ich nicht erschießen. Da kommt's her. Kommt's her. Auf was schießt ihr denn? Ihr habt den Pum zerstört. Da kommen sie. Rechts seht ihr die Überladung. Wir feuern im Heli. Zerstören wir ein paar Autos. Yeeeey. Yeeeey. Wobei, ihr könnt mal taktisch nutzen, wenn Feinde da sind. Hey, du. Wir haben ja auch auf dem Weg. Nein, haben wir nicht. Wir haben ja auch auf dem Weg. Gezünder. Vier davon sind in der Kaverne. Bewegung. Ja, ja. Wo ich das zum ersten Mal gemacht habe, da habe ich zuerst alle eingesammelt und sind halt gezündet. Hey, du. Also, okay, bist kein Feind. Hey, du. Habe ich gesagt Nutella oder Döner-Täler? Ja. Die Zünder sind im ersten Stock der Kaverne. Kompakt checken und vorwärts. Wir versuchen die Zünder. Lass mir erstmal diese... Was da, der ab? Knallen. Wir können ja ruhig auch so gesagt, ne? Das ist Call of Duty. Oh, die Duscheweine, du. Oh nein, der hat eine Granate geschmissen. Hey, wo sind sie denn? Achso, da.